Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich von meiner Heimat flüchten musste. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil ich von meiner Heimat flüchten musste. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine Frau Deutsche ist. Ich bin nach Deutschland gekommen, weil meine Frau Deutsche ist. Warum bist du glücklich? Warum bist du glücklich? Sorry, ich habe nicht richtig zugehört. Was hast du mich gefragt? Sorry, ich habe nicht richtig zugehört. Was hast du mich gefragt? Ich wollte wissen, warum du glücklich bist. Ich wollte wissen, warum du glücklich bist. Ich bin glücklich, weil die Sonne scheint. Ich bin glücklich, weil die Sonne scheint. Ich bin glücklich, weil ich die Deutschprüfung bestanden habe. Ich bin glücklich, weil ich die Deutschprüfung bestanden habe. Ich bin glücklich, weil meine Fussballmannschaft gewonnen hat. Ich bin glücklich, weil meine Fussballmannschaft gewonnen hat. Ich bin glücklich, weil ich einen neuen Job gefunden habe. Ich bin glücklich, weil meine Fussballmannschaft gewonnen hat. Ich bin glücklich, weil ich mich verliebt habe. Ich bin glücklich, weil ich mich verliebt habe. Ich bin glücklich, weil ich mich verliebt habe. Warum bist du traurig? Das möchte ich dir nicht erzählen. Das möchte ich dir nicht erzählen. Komm schon, mir kannst du schon erzählen, warum du traurig bist. Komm schon, mir kannst du schon erzählen, warum du traurig bist. Ich bin traurig, weil es seit Tagen regnet. Ich bin traurig, weil es seit Tagen regnet. Ich bin traurig, weil meine Katze gestorben ist. Ich bin traurig, weil meine Katze gestorben ist. Ich bin traurig, weil meine Freundin mich verlassen hat. Ich bin traurig, weil meine Katze gestorben ist. Ich bin traurig, weil meine Katze gestorben ist. Ich bin traurig, weil meine Katze gestorben ist. Ich bin entspricht, weil meine Katze gestorben ist Ich bin traurig, weil mir gekündigt worden ist. Wann bist du nervös? Wann bist du nervös? Ich bin nervös, wenn ich eine Prüfung habe. Ich bin nervös, wenn ich eine Prüfung habe. Ich bin nervös, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Ich bin nervös, wenn ich nicht gut geschlafen habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Arbeit habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Arbeit habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Kaffee getrunken habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Kaffee getrunken habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Arbeit habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Arbeit habe. Ich bin nervös, wenn ich viel Arbeit habe. Wann wirst du wütend? Wann wirst du wütend? Wann wirst du wütend sein? Ich werde wütend, wenn ich früh aufstehen muss. Ich werde wütend, wenn jemand zu spät kommt. Ich werde wütend, wenn jemand zu spät kommt. Ich werde wütend, wenn meine Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen. Ich werde wütend, wenn meine Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen. Ich werde wütend, wenn meine Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen. Ich werde wütend, wenn die Nachbarn Lärm machen. Ich werde wütend, wenn meine Kinder ihr Zimmer nicht aufräumen. Möchtest du noch weitere Videos sehen, dann abonniere unseren Kanal. Jeden Sonntag ein neues Video.